Hallo, heute möchte ich euch Novak Djokovic vorstellen. Novak Djokovic ist der Nummer 1 Tennis-Spieler in der Welt. Er ist aus Serien. Sein Geburtstag ist der 22 Mai. Er ist 33 Jahre alt. Er ist ein Zwilling. Er ist in der Jugoslav-Nationalmannschaft. 2003 trainiert er zum ersten Mal. Er ist seit 315 Wochen die Nummer 1 in der Welt. Er hat den Rekorde zu Brüchen. Er hat 18 Grand Slums, ein Golden Baby Award, einen BBC Award und anderen gewonnen. Er gewann eine Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen. Er hat zwei Kinder, Stefan und Tara. Er devastated. Er ist ein Alexander geworden! Vielen Dank.